Das ist schon allein der Name, das UN-Office on Drugs and Crime, das UN-Büro für Drogen und Drogenbekämpfung. Da ist eine Beknüpfung in den Namen, dass Drogen und Kriminalität etwas zu tun haben. Dies ist nur mit der Prohibition der Fall. Per se waren ja viele Drogen früher Medikamente und vor 100 Jahren hatte man dieses Problem praktisch nicht. Da war ein Cannabiskonsument, ein ganz normaler Bürger. Da müssen wir wieder hin. Was wir brauchen, ist ein regulierter Drogenmarkt mit Standards, mit Qualitätskontrolle, mit tausenden Informationen zu den Drogenkontieren, zur Wirkung, zum Anlass des Lebens sowie zu Risiken und Demwirkung. Denn eins ist klar, das Gegenstück zu Drogen-API-Guide heißt nicht Abstinenz, sondern wenn wir im nächsten Korn nachschauen, das Gegenstück von API-Guide ist Autonomie. Das Gegenstück von Drogen-API-Guide heißt Drogenautonomie. Ich halte das Gefühl, dass die Polizei gesagt wird, dass die Bürger so lange ich Drogenkontrolle schon sicher gemacht habe.